Jane Russell enthüllte die dunkle Wahrheit über Marilyn Monroe. Jane Russell war nicht nur eines der verführerischsten Sexsymbole von Old Hollywood, sie war auch eine liebe Freundin von Marilyn Monroe. Russell, die 2011 im Alter von 89 Jahren in ihrem Haus im kalifornischen Santa Maria Valley an Atemstillstand starb, spielte in Filmen wie The Outlaw, The Pearl Face, His Kind of Woman und Gentleman Preferred Blondes mit. Letzteres war der Film, der sie Mrs. Monroe vorstellte. Vor ihrem Tod war Russell eine der letzten lebenden Hollywoodagenten. Sie war eine schwüle Verführerin, die das Glück hatte, an der Seite von Marilyn Monroe mitgespielt zu haben und deren beeindruckende Kurven die Aufmerksamkeit vieler Männer auf sich zogen. Barb Hope war tatsächlich so verliebt in ihre Büste, dass er sie einmal als The Two and Only Jane Russell vorstellte. Als der exzentrische Milliardär und Filmemacher Howard Hughes in seinem Film The Outlaw einen unglaublich aufschlussreichen Pehant warf, den Jane unter einem Pullover tragen sollte, schickte er Schockwellen um die Welt und der Film wurde für viele Jahre verboten. Die einzige noch erhaltene Kopie des Plakats von The Outlaw, die Russell mit einem provokanten Gesichtsausdruck zeigt, während sie sich mit bis zu den Oberschenkeln hochgezogenem Rock einem Heuhaufen rekelt und dabei eine Waffe in der Hand hielt, wurde vor einigen Jahren für unglaubliche 52.000 Pfund versteigert. Als dieser ikonische Schnappschuss von mehr als 70 Jahren aufgenommen wurde, wurde er von Hughes in intensiven sexuellen Fantasien über das junge Style inspiriert. Aber es hatte sehr wenig damit zu tun, wer sie wirklich als Frau war. Während Russell mit 18 schwanger wurde und eine misslungene Abtreibung durchführte, bevor sie dreimal heiratete und sich scheiden ließ, kämpfte sie ihr ganzes Leben lang mit Alkoholismus. Und tatsächlich war sie eine wiedergeborene Christin, die regelmäßig den Namen Jesu in Gesprächen rief. Sie war schon immer Hausfrau und hingebungsvolle Mutter. Und eigentlich hatte sie nie wirklich viel mit Oliver zu tun. Und darüber hinaus hatte sie sehr wenig Lust, das Objekt der ungehemmten Lust unzähliger Männer zu sein. Jane Russell malte ein ganz anderes Bild von Marilyn Monroe. Während sie und Marilyn Monroe schließlich in den 50er Jahren Gentleman Preferred Blondes zusammen auftraten, waren sie ohne Zweifel ein unglaubliches Match auf dem Bildschirm. Jedoch ihre Schicksale stellten sich letztendlich als dramatisch anders heraus. Trotz ihrer Unterschiede kamen sich Jane und Monroe ziemlich nahe. Marilyns erster Ehemann Jim Doherty ging mit Russell zur Highschool und er war derjenige, der die beiden vorstellte. Zunächst sah Jane nur Marilyns exquisite Schönheit, aber mit der Zeit entdeckte sie, dass sie eigentlich ziemlich sensibel und schüchtern war. Es gab dieses eine Mal, als der Schauspieler Tommy Nonan eine Kussszene mit ihr drehte. Jane hörte, wie ein paar Typen ihn nach dem Dreh fragten, wie es sei, Miss Monroe zu küssen. Anscheinend antwortete er, indem er sagte, es sei wie lebendig verschluckt zu werden. Nachdem Marilyn gehört hatte, was er gesagt hatte, rannte sie weinend in ihre Umkleidekabine. Während Russell mit jungen Aufwuchs und wusste, wie unsensibel sie sein konnten, vermutete sie, dass Monroe dies nicht tat. Beobachten sie weiter, um herauszufinden, wer die echte Jane Russell war und was sie über ihre liebe Freundin zu sagen hatte, die die dunkle Wahrheit über Marilyn Monroe enthüllte. Russell bestand darauf, dass Marilyn sich nicht umgebracht hatte. Laut Russell plante Monroe vor ihrem Tod, den Baseballspieler Joe DiMaggio zu heiraten und sie hatte auch einen frischen neuen Filmvertrag. Diese Details überzeugten Russell davon, dass Marilyn Monroe sich nicht umgebracht hat. Vielmehr glaubte Russell, dass Monroe getötet wurde. Sie kam zu dem Entschluss, dass sie ihrem Tod schmutzige Tricks beteiligt waren, wie sie es ausdrückte. Russell glaubte weiter, dass Jack und Bobby Kennedy, die beide Marilyns Liebhaber waren, irgendwie an ihrem Tod beteiligt waren. Kurz nachdem Monroe starb, traf Jane Bobby Kennedy. Russell sagte das in dem Moment, als er sie erblickte. Er warf ihr einen Blick zu, der darauf hinzudeuten schien, dass er ihr Feind war, aber sie weigerte sich, sich von ihm einschüchtern zu lassen. Beobachten sie weiter, um herauszufinden, wer die echte Jane Russell war und was sie über ihre liebe Freundin zu sagen hatte, die die dunkle Wahrheit über Marilyn Monroe enthüllte. Jane Russell hatte keine Angst, ihre Meinung zu sagen, wenn sie wollte. Während Russell ihr eigenes Liebesleben genau bewachte und leugnete, dass sie und Hughes jemals ein Lebenspaar waren, schwieg sie, wenn sie nach ihrer Beziehung zu Frank Sinatra gefragt wurde. Sie sprach ziemlich offen über Lisa Minnelli und David Guest. Als Lisas Freund nahm Russell an ihrer und Gäst LaVache Hochzeit 2002 teil, stellte sich aber nach ihrer erbitterten Scheidung auf die Seite von David. Russells dritter Ehemann, John Peoples, der in der Immobilienbranche arbeitete, starb 1999, nachdem er und Russell 25 Jahre lang verheiratet waren. Nachdem er gestorben war, wandte sich Jane dem Alkohol zu, um sich zu trösten. Schnell entwickelte sie ein ziemliches Alkoholproblem. Sie war 79 Jahre alt, als sie in die Reha ging, aber nach ihrem 30-tägigen Aufenthalt dort, blieb sie für den Rest ihres Lebens nüchtern. Jane Russells gescheiterte Ehen Nur drei Monate, nachdem sie im August 1968 den Gang entlang gegangen war, starb Russes zweiter Ehemann, Roger Barrett, plötzlich an einem Herzinfarkt. Jane nahm seinen Tod ziemlich schwer und nannte seinen Tod später den schlimmsten Moment ihres Lebens. Ihre Ehe mit Roger folgte auf ihre ein Vierteljahrhundert dauernde Ehe mit ihrem ersten Ehemann, Robert Waterfield. Jane lernte Barrett kennen, als sie beide Kinder waren, und schon damals waren sie sehr ineinander verknallt. Russell bestätigte schließlich, dass sie und Barrett eine Affäre hatten, während sie noch mit ihrem ersten Ehemann verheiratet war. Aber Waterfield schwor hoch und runter, dass er immer treu gewesen war. Trotz seiner treuen Behauptungen entdeckte Russell, dass auch er eine außereheliche Affäre mit ihrer Sekretärin hatte. Sie war am Boden zerstört und ließ sich anschließend von ihm scheiden. Robert und Russell adoptierten zusammen drei Kinder, weil Russell nach dieser verfuschten Abtreibung im Alter von 18 Jahren beinahe gestorben wäre und sie deshalb unfruchtbar wurde. In den letzten 40 Jahren ihres Lebens widmete Russell ihr Leben dem World Adaption International Fund, einer von ihr gegründeten Organisationen für die Adaption von Kindern. Okay, nun sind wir leider am Ende dieses Videos angelangt, aber es gibt uns allen viel zu denken. In der Vergangenheit haben wir die ungewöhnlichen Umstände des Todes von Marilyn Monroe angesprochen. Aber hier haben wir eine Aussage aus erster Hand von einer ihrer engsten Freundinnen, die darauf hinzudeuten scheint, dass ihre offizielle Todesursache ungenau sein könnte. Jane Russell schien ziemlich überzeugt zu sein, dass Marilyn Monroe keinen Selbstmord begangen hat. Und tatsächlich schien sie zu glauben, dass JFK und sein Bruder Robert etwas mit ihrem Tod zu tun hatten. Aber was denken sie? Wurde Marilyn Monroe ermordet oder glauben sie, dass sie sich das Leben genommen hat? Lassen sie es uns im Kommentarbereich unten wissen. Und bevor sie sich etwas anderes ansehen, nehmen sie sich einen Moment Zeit, um uns ein wenig zu unterstützen. Indem sie dieses Video liken und unseren Kanal abonnieren, falls sie dies noch nicht getan haben. Tippen sie auf die Glocke, um Benachrichtigungen zu aktivieren. Auf diese Weise können sie zu den ersten gehören, die all unsere neuesten und kommenden Videos sehen. Wir werden beim nächsten Mal ein weiteres Video voller Fakten sehen. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.